ja liebe leute willkommen zurück das ist doch nicht meine kuh oder die da gerade reinlutscht ja also der schiffbau der ist ein bisschen seltsam oder ja also ich habe jetzt erst dachte ich mir ich erweitere das ein bisschen dass ich hier platz habe rüber und rüber gehen kann zum bauen weil das immer halt limitiert war ich komme immer raus aus meinem kreis wenn ich erfahr drücke sehe ich diesen grünen kreis das ist halt mein gebiet das problem ist nur der wird nicht größer ich dachte jetzt das wollte ich dann so aus das verschwitzt dann zu einem großen aber da passiert gar nichts also ich habe hier so eine fahne hingesetzt keine ahnung ich habe jetzt nicht probiert ob ich die wenn ich die außerhalb hinsetze was da passiert das fiel mir gerade ein jahr das könnte ich vielleicht probieren aber sich nichts geändert so dann habe ich diesen steg gebaut bis hier an und dann habe ich hier das ding gebaut bis hier hingesetzt wollte es hinsetzen und es sagt mir das wasser zu tief ja ich wollte genau ins tiefe wasser ja darum ging es ja hier war das wasser zu flach hier ist das wasser zu tief ja also ich habe hier probiert ich habe hier hin und her ich bin ja hin und her gelaufen und habe hier probierte ich habe jetzt mal meine kacke auf und es ging nicht es war immer zu tief das ja also komisch und wenn ich zurück ging oder hier rüber und rüber geschwommen bin dann war es wieder zu flach ja also ich könnte natürlich noch mal was probieren also ich habe es jetzt hier drüben hingesetzt noch mal ich mir viel aber gerade noch ein vielleicht muss ich das nach und nach weg bauen weil wenn ich zurückgegangen bin hat vielleicht das ding gestört dass ich das hinsetzen konnte ich weiß es nicht und das heißt ich habe es auch keine lust oder wollen wir es noch mal probieren also das war sehr seltsam beziehungsweise ich kann es ja gar nicht ja gut ich könnte es zerstören doch das können wir mal noch machen doch dass das 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 interessiert mich jetzt so dass vielleicht dieser steg nicht ganz umsonst war aber naja ich habe keine idee mehr gehabt dann also ich habe darum probiert aber habe ich überhaupt noch genügend zeit geht mal weg ja müsste es sein also strukturen schiffbau ich baue noch mal eins das ist ja egal das ist es mir jetzt wert so warte mal ich kann ja jetzt hier das bauen hier nie was ach so das war das andere das verbinde genau reicht das reicht wahrscheinlich nicht jetzt mal das gleich mal hier machen wir mal sinnvolles so das legt noch zu uns erst mal rein das kann ich mittlerweile hier mit den anderen legen so ok so jetzt also ich tue ich tue noch mal so als wenn ich jetzt das nicht weiß so ich mache ja was falsch vielleicht sagt ja ja macht das was macht der vogel da der bildet kreise alles klar also ich bin dann hier vor und hab dann gedacht okay die nummer sieben ja der worte ist tut die okay dachte ich okay bis da ist okay ich bin zurück bis zu etwas als was kölner place ist obst ja warte mal oder ist zu tief ja vielleicht 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 wenn ich das weg mache ich probiere das mal probiert das mal demolieren das heißt wir machen das noch weg und komme ich bis runter ich komme nicht bis runter ok ich mache das noch weg ne hübschen willig wieso kann ich nicht die hübschen hier hoch geht nicht wahrscheinlich weil ich kein kein festen jetzt jetzt ging seltsam ok 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 also naja auf jeden fall und da komme ich halt wieder zurück hier in die in die ich bin ja schon wieder viel zu weit zurück als zu trüben ok egal ich habe das jetzt gemacht ich habe das jetzt gemacht ich habe das jetzt hier drüben hingesetzt das war jetzt hier umsonst gebaut gehen wir hoch bitte oder steigt mal raus aus dem wasser dankeschön so dann gehen wir jetzt mal hier hin ja so also hier ist es wieder fertig gebaut ich mir seht ihr hier ist der ist der untergrund der geht halt bis hierher das halbe schiff ist halt dort wieder drauf aber es ging nie ich habe echt gezirkelt so das heißt ich werde jetzt was machen denn die vögel überall als ich heute gestartet bin da waren auch wieder zwei vögel bei mir in der bude sehr seltsam sehr seltsam ich dachte ich trefft Na gut, dann komme ich her. Jetzt habe ich ihn getroffen, oder? Oh, sehr schneller ist ich. Ja, 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 wartet doch mal. Wo bist denn du jetzt? Jetzt habe ich ihn getroffen, hä? Ja. Okay. Das dauert halt immer so lange, wenn ich ihn ausholte. Nee, ich möchte ihn wegpickern. So, okay. Also, jetzt machen wir das nochmal. Ich hoffe, jetzt bitte gelinge. Warte mal, komme ich eigentlich. Ah, ich habe keinen feinen Bogen. Okay, also. Ich stelle mich mal hier hin. Und Ich mache das hier unten. Release. Und Das war knapp. Das war knapp. Aber cool, endlich. Also, es ist Ich dachte schon, als das hier so tief einsackte, dass das hier irgendwie ein bisschen ein Problem gibt. Okay. Ja, wie nennen wir das jetzt? Ich weiß nicht. Ach so. Na gut, dann nehmen wir es. Ich weiß nicht. Ich nicht wissen. Ich nicht. Warte mal, ich. Warte mal, ich. Ja doch, ich. Nicht. Wissen. Ja, sind es. Aber auch, okay. So, und jetzt. Ich, ähm, ich habe mich jetzt nicht weiter vorbereitet. Ich habe gar nichts eigentlich bei mir. Ein paar Jahre. Genau. Aber wir machen jetzt einfach mal los. Warte mal, ich kletter noch mal kurz hier hoch. Das will ich mal gerne, gerne probieren. Ja, genau. Kletter mal hier hoch, um einfach mal die Aussicht noch mal bei Tag zu haben. Okay. Okay, also. Genau. Das war ein anderer Vogel, oder? Hm. Wird sagen, wieso der Balken hat. Hat ja irgendwie hier dran rumgeknappert. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, also ich würde da mal dort drüber. Dort, dort, dort zu dieser Insel würde ich gerne mal fahren. Das können wir eigentlich machen. Clip down. Jetzt ist nur die Frage, wie es geht. Also, ich denke mal zuerst. Natürlich muss ich. Ich muss natürlich jetzt alles machen. Zuerst muss ich die Segel setzen. Also. Ähm. Seel Control. Ähm. Voll oben. Kann man die irgendwie in Stücke machen? Oben 10. 10%. Sozusagen. Erst mal langsam. Langsam raus. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Langsam raus. Nicht dagegen beteiligen. Nicht dagegen. Warte mal. Habe ich da eigentlich einen Anker? Kann ich einen Anker werfen? Oder habe ich das gar nicht? Okay. Warte mal. Dann machen wir halt mal. 10%. Machen wir. Nochmal 10%. Wieso hänge ich immer fest? Ich muss immer wahrscheinlich doppelt. Muss ich immer. Ähm. Aus. 10. Ups. Jetzt geht es ja schnell. Warte mal. Jetzt machen wir noch das. Hauptsegel. Auf 10%. Noch mal 10%. Jetzt geht es los, oder? Uh. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Alter. Ich meine, ich bin schon mal gefahren. Aber irgendwie ist das irgendwie trotzdem immer wieder cool. Oh. Das Segel ist ja gar nicht offen. Und das sind 10% oben, ja? Aber ich kann natürlich mal probieren. Geh mal weg. Also. Das ist, wenn ich jetzt, äh. 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 Da sind 40% oben? Wahrscheinlich nicht, ja? So. Wie ist denn das jetzt mit Lenken? Das lenke ich so rum. Alles klar. Gut. Rest. Nee, nee. Ach so. Ja. Ich muss ja wieder zurück. Das ist ja nicht. Ja. Ich muss ja wieder zurück. Ich kann ja nicht einfach bloß lenken. Dann habe ich ja die Position fest. Ja. Das ist ja nicht. Ja, stimmt. Beim Autofahren ist ja letzten Endes auch so. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Mache ich ein bisschen schneller noch? Oder? Boah. Jetzt ist natürlich ja irgendwie leichtes Ruckeln angesagt, hä? Hm. Aber geht noch. Oder mache ich ein bisschen schneller? Ich mache ein bisschen schneller. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir... Oder ich mache mal lieber bloß das hier. 50, 60, 70. Ich mache mal 100. Ich komme immer nicht weg. Ich muss immer wieder Tab drücken, dass ich loskomme. So. 100%. Oh, ich bin gleich da, hä? Nee. Täuscht. Die Frage, was mich interessiert, ist, wie ich anlege. Hold N. Das ist eigentlich Kanone. Das habe ich alles nie. Press C. Das ist ein 100%, hä? Das ist ein kleines Segel. Oh, was reicht das mal aus? Was ist da drüben? Oh, was ist denn das? Was ist denn das für ein Schiff? Sollte ich lieber wegsegeln? Ist das... Was ist denn das? Oh, das kommt her, hä? Oh, das kommt her. Dann mache ich mal lieber darüber, hä? Ich mache mal lieber hier. Ohne noch 100%. Ähm, open. 100% bitte. Und? Ähm, was macht das? Muss ich mal angucken? Ja, wir können es natürlich mal angucken. Kommt das? Oder brauchst du mich nicht angucken, hä? Ach klar, jetzt gucken wir uns mal an. Warte mal. Wenn denn... Das ist ein Räuberschiff, hä? Irgendwie... Guck mal. Art... Art nach... Was sagt man da? Steuerbord? Backbord? Ich weiß nicht, was das ist. Wir schauen uns das mal an. Wenn wir untergehen, na ja, dann gehen wir halt unter. Jetzt war es weg. Okay, ich möchte gerne ganz wenden. 100% geht das eigentlich? Dass ich einfach so lässig einfach wenden kann? So wie im Autofahren? Oder ist der Wind dann... völlig verkehrt? Wahrscheinlich, ja. So. Was? Mein Schiff hat ein Level Up? Kann ich ein Level Up machen? Schiff? Okay, warte mal. Da muss ich mir ja noch dort, hä? Ne, ist wahrscheinlich gegen. Ist weg. Dann bin ich noch dort. Hinten habe ich einen Anker, aber kann ich den werfen? Ach, sieht schon cool aus, irgendwie. So, wo ist denn das Schiff jetzt? Ich würde das gerne mal sehen. Mache ich da in die Richtung, weiter. Verschwunden. Ist wahrscheinlich ein Geisterschiff oder so. Na gut, okay. Dann machen wir das, was wir machen wollten. Wir gehen zu dieser Insel erstmal. Und jetzt pflügen wir durchs Meer. Oh, ich würde mal dort versuchen. Oder hier, klar, an den Palmen, hä? Ja, ich meine, das ist ja geil, wo ich anlande. Natürlich die Frage, wie ich anlande. Also, vielleicht mache ich doch lieber irgendwie, gibt es eine Hafenstadt? Weiß ich nicht. Also, müsste es ja geben, aber wo es die ist, ist natürlich dann wahrscheinlich auf der anderen Seite von der Insel. So, wie ist denn die Tiefe? Ich hoffe, das ist ja... Warte mal. Machen wir ein bisschen langsamer jetzt hier wieder. Das ist ja, da habe ich Angst. Minus, 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 Minus. Dann machen wir mal 10 vorne. So. Und dann... Mh, das sind die ganze schnell. Okay. So, das heißt... Ist aber sehr... Wir sind ja nur... Felsen. Guck mal, ich check noch mal die Map. Äh, nee, das war falsch. Wo ist die Map? Hallo? Ähm, was... Wo bin ich? Okay. Dann, 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 dann weg. So. Ja, es sind Pferde. Ähm... Können wir mal noch ein bisschen rüber. So, nicht ganz so toll, da. Nicht ganz so toll. Na los. Und hier ist eigentlich noch tief, oder? Das sieht zumindest so aus. Was ist denn das da hinten? Auch ein Schiff, oder? Aus. Muss man gucken. Das sieht jetzt nicht so aus, wie ein Piratenschiff, oder? Äh, warte, 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 das war zweit, das war zweit, das war zweit, das war zweit, das war zweit. Ähm... Ähm... Was ist das noch? Hä? Das sind ein Schiff, noch ein Schiff? Und das seltsame ist. Na gut, okay, ähm... Ach, oder wir... Komm, wir gucken uns das mal an. Das Piratenschiff, oder dieses Schiff, das schaue ich mir mal an. Das will ich mir mal von der Nähe anschauen. So. Wir machen jetzt mal dahin. Habe ich noch da. Was sind das für Schiffe, die hier rumliegen? Die bewegen sich aber, oder? So aus, als wenn die irgendwie einen Antrieb hätten. Da hinten. Ach, das andere Schiff ist schon wieder weg. Okay, dann versuche ich mal, das dort abzufangen. Das ist natürlich alles ein bisschen mühsam hier, ein bisschen langsam alles so. So, okay, jetzt kriegen wir es hin. Ein bisschen mehr Speed. So. Okay, das ist immer wieder da und dann verschwindet es. Ach, das doch, das hat Schaufeln. Das Schaufelrad. Ist das ein Schaufelrad? Schiff. Okay, das sind zwei dort drüben. Krass. Und was macht das? Okay. Kann ich das übernehmen, oder was? Drei von denen. Da gehen wir mal hin in der Zahl. Das will ich jetzt mal wissen. Drei, vier. Das wird ja immer mehr. Okay. Also. Dann kommt man her. Ich vermute mal, ich überlebe das nicht, aber... Ich will da halt mal... Schade, dass ich keine Kanonen habe. Jetzt war es weg. Ja, kommt mal her. Ich will das mal von der Nähe sehen. Mach doch mal viel schneller. Schneller, schneller, schneller. Jetzt stehe ich hier, oder wie? Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwie... Der Wind kommt von dort. Ja, da muss ich es ein bisschen so machen. Okay. Das sieht cool aus, eigentlich. Wo kommt das her? Nö. Warte mal, ich versuche das mal zu sehen. Und das klappt halt nie. Ich krieg's nie. Das ist zu weit weg. Da ist noch eins. Das kriege ich. Boah. Da sind wieder welche. So, das hinter mir. Das ist... Boah, das macht nix. Gelb und grün. Jetzt kommt's, ne? Jetzt kommt's? Komm's jetzt? Ich ramme das. Ich hab keine Geschwindigkeit. Das ist zu schnell für mich. Komm, bleib mal stehen. Bleib mal bitte stehen. Hertha? Bleibste stehen? Das will die. Alles klar? Boah, voll versenkt. Bin ich schon versenkt, ne? Krass. Das war's, ne? Boah. Alter. Alter. Komm, schnell. Schnell. Segel setzen. Oh, oben. Schnell. Geschwindigkeit. Mal sehen, ob wir wegkommen. Oh, 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 oh. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Oh, oh, oh. Das ist schon bei 100. Okay. Seh ich irgendwo. Boah, alter krass. Trifft natürlich wahrscheinlich immer noch. Schneller als ich. Oh. Oh, voll von hinten. Boah, voll von hinten. Seh ich irgendwo. Hilfe. Ich treffe natürlich auch immer, ne? So, Quatsch. Ich brauche nie drücken. Ich drücke wie ein Weltmeister, dass ich hier Geschwindigkeit aufnehme. Aber das ist Quark. Das ist Quark. Okay. Na gut. Ich wäre jetzt mal... Da vorne ist gelb. Da ist rot. Wo ist es? Da hinten ist es. Ah. Bist du zu langsam, ne? Bist du zu langsam? Kommt. Kommt. Nie gut. Kommt. Nie gut. Bin zu schnell. Zu schnell. Ich bin zu schnell. Wobei. Wo ist die Lippe jetzt? Okay. Warte mal. Da, 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 da. Da gehe ich mal hin. Drehen. So. Mal sehen. So, jetzt wäre es schon so langsam. Ah. Schlecht. Schlecht. Boah. Voll getroffen. Verstört. Planke. Warte. Geh rein. Boah. Alter. Ich schaff's nie. Warte mal. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich... Wenn ich... Oder wenn ich jetzt sage, ich verlasse das Schiff. Hilfe. Und schwimme weg. Darf ich das da? Der wird ja bestimmt nur auf mein Schiff schießen, oder? Nimm das Schiff. Nimm das Schiff. Und? Ja. Der will es versenken, hä? Mal sehen. Okay. Nimm das Schiff. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich hab's geschafft. Zumindest erst mal bin ich an Land. Okay. Na gut, liebe Leute. Da würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Wenn ich jetzt an Land komme, komme ich an Land? Ja. Ich meine, ich hatte ja nichts. Ich hatte ja nichts drauf. An irgendwelchen Rohstoffen. Super. So. Kann ich denn irgendwie mal einen Wittelfinger zeigen? Uh. Uh. Cool. Gut. Ich mach das. Er will das jetzt versenken. Mach das. Tu das. Lass mich in Ruhe. Ich mach derweil hier auch. Und. Lage. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.